Doppelter Espresso ist am Start und in dieser Folge sprechen wir über finanzielle Freiheit. Was bedeutet das überhaupt? Wie viel Geld muss ich haben, um nie wieder arbeiten zu müssen? Oder um finanziell frei zu gelten? Wie würde ich 2023 1000 Euro investieren oder anlegen? Und wie ist mein kompletter Weg verlaufen in den letzten Jahren? Was habe ich sozusagen mit dem Geld gemacht? Viel Spaß mit dieser Folge und gönnt euch! All right, wir beginnen mit der Begriffsdefinition, weil ich glaube, da hat jeder eine andere Vorstellung. Aber wenn jemand sagt finanziell frei, denken die meisten an, chillen, nichts mehr machen müssen, weil man beispielsweise geerbt hat, weil man gut investiert hat, weil man sich etwas aufgebaut hat, was komplett von alleine läuft. Stichwort passives Einkommen. Es gibt fünf Stufen der finanziellen Freiheit. Das erste ist, oder eigentlich sechs, die sozusagen Stufe 0 ist die, die wir in der letzten Folge mal so ein bisschen angesprochen haben. Was mache ich, wenn ich komplett broke bin? Wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, checkt es nochmal aus. Nummer eins ist die finanzielle Abhängigkeit. Das ist eigentlich relativ simpel. Das heißt, du hast keine oder kaum Ersparnisse und das Gehalt bzw. dein Einkommen reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen, aber es bleibt auch nicht wirklich was übrig. Stufe zwei ist die finanzielle Sicherheit. Das heißt, du hast gewisse Ersparnisse für finanzielle Notfälle. Meine Eltern zum Beispiel haben früher immer gesagt, ja, wenn unser Dach kaputt geht, wenn die Waschmaschine irgendwie nicht mehr funktioniert oder unsere Heizung, haben wir irgendwie auf dem Konto 15.000, 20.000 Euro für den Notfall. Das ist sozusagen finanzielle Sicherheit. Das heißt, das Gehalt reicht. Man kann auch ein bisschen was sparen und vielleicht so ein Notgroschen haben. Kann ich euch auch später mal so ein bisschen durchführen. Während des Studiums war das bei mir anfangs 1.000 Euro und dann auch im Start meiner Selbstständigkeit habe ich immer versucht, nie unter 10.000 Euro zu kommen. Das war einfach so in meinem Kopf drin und davon jetzt Steuern und so weiter schon auf anderen Konten gedacht. Aber einfach diese 10.000 Euro, du weißt nie, was passiert. Es kann sein, dass du dir mal irgendwas kaufen willst. Es kann sein, dass eine Opportunity kommt, wo du einfach mal reingehen möchtest oder eben, wie meine Eltern meinten, dieser Notgroschen. Stufe 3 ist dann die finanzielle Unabhängigkeit. Das ist noch nicht die Freiheit. Das heißt, Gehalt reicht zum Sparen. Du kannst auch schon investieren und gut leben. Passives Einkommen durch zum Beispiel ETFs, Aktien und so weiter komme ich später. Nummer 4 ist dann finanzielle Freiheit. Das nennt man Lean Fire. Das heißt, das angesparte Kapital genügt, um mit einem sparsamen und einfachen Lebensstil früher in Rente gehen zu können. Und in der Feierbewegung ist diese Stufe auch als Lean Fire bekannt. Also für die Leute, die sich so ein bisschen mit investieren und so weiter auskennen, denen sagt das was. Also im Endeffekt, du hast Kapital, du kannst sparen, du hast einen guten Lebensstil, früher in Rente. Und Stufe 5 ist dann sozusagen wirklich finanzielle Freiheit, Fat Fire. Das heißt, die Investitionen decken alle Ausgaben und du hast sogar einen höheren Lebensstandard. Du kannst vielleicht in einer Wohnung leben, die 3.000, 4.000 Euro kostet. Du hast einen Sportwagen, hast vielleicht auch noch einen Familienwagen und so weiter. Und bist sozusagen nicht mehr abhängig von irgendetwas. So, das sind die fünf Stufen. Jetzt die spannende Frage. Ab wie viel Vermögen oder welcher Geldbetrag ist es eigentlich, der dazu führt, dass man finanziell frei ist? Reiner Zittelmann, Unternehmer und Reichenforscher, beginnt mit der finanziellen Freiheit, und jetzt passt auf, ab 10 Millionen Euro. Meiner Meinung nach etwas zu hoch gegriffen. Natürlich auch ein unvorstellbarer Betrag, aber das ist nach Reiner Zittelmann die Definition. Ich finde, man kann sich eher an der 4-Prozent-Regel orientieren. Und das heißt im Endeffekt, wenn das angelegte Kapital 25 Mal so hoch ist, wie die jährlichen Ausgaben. Beispiel, wer 50.000 Euro im Jahr ausgibt, braucht 1,25 Millionen Euro, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Für jemanden, der beispielsweise in einem günstigeren Land lebt und nur 20.000 Euro zum Leben braucht, reichen dann sogar schon eine halbe Million. Das ist sozusagen finanzielle Freiheit per Definition. Kommen wir also zum ersten Investment. Was würde ich jetzt machen, wenn ich 1.000 Euro hätte? Und die Reihenfolge gebe ich euch direkt vorweg und dann versuche ich es so ein bisschen auszuführen. Ich würde in mich investieren, dann in meinen Unternehmensstart, dann in Weiterbildung und dann in Assets. Genau so. Das heißt, Schritt Nummer 1, ich würde erstmal schauen, wie kann ich mich selbst optimieren. Was ist damit gemeint? Beispielsweise, wenn du nicht fit bist, wenn du nicht wirklich gesund bist, im Fitnessstudio anmelden, einen Bluttest machen, Supplements, Sportsachen kaufen, dass du wirklich auch trainieren kannst. Vielleicht, wenn du das jetzt beispielsweise, du wolltest während der Pandemie starten, vielleicht sich ein kleines Homegym bauen, Handeln für zu Hause. Also gutes Essen, Essen, was gesund ist, was dich nach vorne bringt, sodass du nicht ständig irgendwie bestellen musst und Fastfood, sondern dass du einfach fit bist. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist eine sehr unkonventionelle Antwort, aber tatsächlich erstmal in mich. Auch, dass ich vielleicht, wenn ich in einem bestimmten Feld bin, einen Anzug besitze, dass ich halt rausgehen kann, Basic-Klamotten, einfach schwarz, weiß, braun, Basic. So, du gehst raus, du hast eine ordentliche Jeans, da sind keine Löcher drin, da sind, keine Ahnung, das ist nicht irgendwie ausgefärbt oder ausgewaschen und so weiter. Sodass du dich selber wohlfühlst, dass du gesund bist, dass du fit bist. Das wäre Nummer 1. Das Zweite ist dann der Start des eigenen Unternehmens. Ein Gewerbe, so 20 Euro hier in München, kannst du online machen. Danach aber auch wirklich mal diese ganzen Kosten bedenken. Selbst wenn du im E-Commerce tätig bist. Du brauchst eine Domain, du musst die Website hosten, du musst die Website vielleicht bauen, du brauchst vielleicht einen Shopify-Store, du brauchst da wieder das Abo und so weiter. Ein Unternehmen zu starten, kostet Geld. Vielleicht brauchst du Hilfe beim Businessplan, vielleicht musst du auch jemanden für Beratung bezahlen. Aber das stellt man sich immer so vor, ich starte mit Null. Mit Null ist schwierig. Mit Null ist auch meistens, wenn Leute das im Video sagen, gelogen. Wir haben das Video zum Kaugummi-Automaten rausgebracht. Klar, das ist ein Business, das kann man sozusagen günstig starten, aber da war auch das Einstiegs- oder der Geldbetrag, den man benötigte, waren 400 Euro. Und die musst du erstmal haben. Das heißt, Unternehmensstart. Danach aber definitiv in Weiterbildung, bevor du jetzt in irgendwelche Assets reingehst. Und ich erkläre dir auch gleich detailliert, warum. Das Ding ist, schau mal, Weiterbildung. Jetzt denken viele von euch direkt an Videokurse oder an Coaching. Das muss es gar nicht unbedingt sein. Aber ich kann euch mal erzählen, was ich gemacht habe. Früher, als ich jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, da waren Informationen super rar. Das heißt, du hast dir tatsächlich Bücher gekauft. Du hast dir Hörbücher gekauft. Du hast vielleicht bei Audible auch ein Abo gehabt, wo man dann immer irgendwie dieses, du wolltest das dann immer mal wieder deabonnieren oder abmelden. Und dann kam, hey, du hast aber noch zwölf Guthaben. Die verfallen dann, wenn du jetzt deabonnierst. Ich habe ganz früher im Studium oder sogar in der Schule einen Bibliothekspass gehabt für irgendwie zehn Euro oder zwanzig Euro und so weiter. Also früher waren Informationen das, wofür man auch direkt schon Geld bezahlt hat. So, dann auch so Thema Udemy, diese, sag ich mal, so Billigkurse, womit man mal irgendwie eine Sprache erlernen kann oder vielleicht anfangen kann zu programmieren, so ein bisschen in die IT-Welt reinkommt. So, das ist aber jetzt ganz anders. 2023 sind Informationen gar kein Problem mehr. Im Gegenteil, die sind im Überfluss da. Du zahlst manchmal sogar schon Leuten, dass sie dir dabei helfen, das zu selektieren. Der wirkliche Value ist der Zugang. Das heißt, ich habe mich beispielsweise bei Masterminds eingekauft. Ich bin damals in ein bis zwei Clubs gewesen, wo man Leute, also nicht Clubs zum Party machen, sondern wo man einen gewissen Monats- oder Jahresbeitrag bezahlt hat, um zu pitchen vor Investoren. Ich war früher bei diesem, wie heißt das, Business-Frühstück, BNI, ich weiß das gar nicht mehr genau. Da war ich zum Beispiel eine Zeit lang angemeldet. Also ich habe geguckt, wo kann ich hingehen. So, ich habe ja in den letzten Folgen auch schon erzählt, ich war bei Tai Lopez zu Hause. Ich habe von Grant Cardone gelernt. Aus heutiger Perspektive sehe ich das alles natürlich auch mit einem anderen Blickwinkel, weil auch da viel eben Scharlatane unterwegs sind. Und ja, vieles ist im Endeffekt Information nur irgendwie neu verpackt. Die haben eigentlich nur Geld dafür bekommen, dass sie sozusagen in bestimmte Kurse diese Information in eine Reihenfolge bringen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Tai Lopez, sein erster Kurs, 67 Steps, da sitzt er halt in seiner Villa und redet in einstündigen Videos über verschiedene Aspekte, die man auch in ein paar Zeilen sich zusammenlesen könnte. Habe ich aber gemacht. Der wirkliche Value war aber die Mastermind in L.A. Ich habe insgesamt dafür, glaube ich, 30.000 Euro bezahlt, um in diesem, dann warst du sozusagen in diesem Mentorship und durftest, glaube ich, viermal zu ihm nach Hause. Und da hat man dann wieder spannende Leute kennengelernt. Zum Beispiel große Influencer auf Social Media und so weiter. Ich habe auch mal bei Gary Vaynerchuk was gebucht. Ich war auch mal auf der WeCon. An sich, der Content auf der Bühne war tatsächlich nie das, was mir wirklich etwas gebracht hat, sondern es waren die Menschen. Es war, wenn du wirklich angefangen hast, mit denen zu sprechen. Ich war bei Tony Robbins in London. Ich war Tony Robbins in Las Vegas. Ich war allgemein, glaube ich, auf sechs, sieben so Las Vegas Veranstaltungen, wo Richard Branson war und erzählt hat, wie er das Ganze aufgebaut hat und so weiter. Der Bühnenaspekt oder die Informationen von der Bühne, die waren meistens in meinem Büchlein ein bis zwei Seiten. Ich habe immer die Nuggets aufgeschrieben. Aber wenn du in den Pausen oder auf der Aftershow-Party und so weiter mit den Leuten gesprochen hast, da hast du halt Connections bekommen. Die hättest du nicht gekriegt, wenn du sozusagen nicht diesen Zugang, in dem Fall Ticket von der Mastermind, dir geholt hättest. Und das wäre auch das, wo ich rangehen würde. Das heißt, 1.000 Euro erstmal in mich, Selbstoptimierung, in den Unternehmensstaat. Also was brauche ich wirklich? Und dann würde ich mir genau überlegen, welche Skills habe ich und wie kann ich diese Skills besser machen? Weil das ist ja eine simple Rechnung. Je mehr Mehrwert du sozusagen produzierst oder in dir hast, desto mehr oder größere Probleme kannst du lösen. Und das ist sozusagen dein Einkommen. Sprich, wenn du dir jetzt die ganzen Informationen holst von einem billigen Kurs, keine Ahnung, einem 100-Euro-Kurs. So, wie viele Leute haben das gekauft? Da steht ja meistens sogar, ja, 3.000 Leute haben gekauft und waren zufrieden. Dann heißt das aber auch, du bekommst Informationen, die schon, falls das jetzt kein False Claim ist, 3.000 andere haben. Wenn du aber auf eine Mastermind gehst, also dir den Zugang so holst und mit Leuten individuelle Gespräche führst und Beziehungen knüppst und Kontakte, dann hast du etwas sehr Unikes. Deshalb kann man das gar nicht pauschalisieren. Aber ich würde überlegen, wie kann ich mir Zugänge kaufen, um meinen Skill zu verbessern? So, wenn ich jetzt im Bereich Branding und Social Media, dann würde ich tatsächlich auf Kongresse gehen. Ich würde auf Veranstaltungen gehen zum Thema Branding, Markenaufbau in den USA. Mittlerweile wahrscheinlich auch in Deutschland sogar. Aber dafür würde ich mir die Tickets holen. Entrepreneur University, wo ich zum Beispiel jedes Jahr eigentlich spreche, kostet, glaube ich, ein Ticket, 100 Euro pro Tag. So, es gibt Leute, die gehen da hin, die sitzen da, die hören den Speakern zu und sind wir ganz ehrlich, Speaking heißt, du haust das raus in rhetorischer Gewandtheit, wo du glaubst, dass du die Leute natürlich impressst, denen du coole Impressionen von dir selber gibst. Das ist aber oftmals nicht der value-reichste Content. Der value-reichste Content ist, wenn man danach zu dem Speaker geht, einen guten Moment abpasst und eine gute Frage stellt und sagt, hey, ich habe mir das alles angehört, ich gucke auch schon deine Videos, aber ich habe meine Frage, wie würdest du das in der Situation sehen? Sondern auf einmal bekommst du beispielsweise von mir etwas Individuelles, was auf der Bühne ich natürlich nie gesagt habe, weil ich nicht wusste, was dein Problem ist. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber dieser Zugang kann kosten. Zum Beispiel, um an den Speaker heranzukommen, ein VIP-Ticket, sodass du halt wirklich auch in diesem abgeschirmten Bereich bist, um dort mit den Speakern zu essen, mal zu grüßen, zu sagen, hey, sehr inspirierend, wenn du gleich fertig bist, ich hätte mal eine Frage. So hat das zum Beispiel letztes Jahr jemand gemacht und es hat funktioniert. Ich stand dann da 15 Minuten und habe individuell eine kleine Beratung gemacht, wo ich wahrscheinlich normalerweise ein paar hundert, sogar tausend Euro für chargen würde. Und ich mache das vor allen Dingen auch deshalb, weil ich selber weiß, dass mich das damals extrem weitergebracht hat. Es war nie dieser Einheitspreis, es war nie irgendein Kurs, es war nie das, was auf der Bühne gesagt wurde, es waren immer diese individuellen Dinge. Das zweite ist, bei TPA beispielsweise, unsere Social-Media-Medien-Agentur, haben wir uns die ersten Jahre nichts ausgezahlt. Auch meine kompletten Social-Media-Einkünfte, dieser Podcast-Kanal, der Main-Kanal, Instagram, TikTok und so weiter, irgendwelche Placements mit Timeless, mit Dell, ich habe mir noch nie was ausgezahlt. Weil wenn das Geld besser investiert werden kann im Unternehmen, dann ist das für mich sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, meine Weiterbildung ist auf einem guten Stand oder ich habe gerade kein Puzzleteil, wo ich mir den Zugang holen kann, das beste Investments. Und erst dann, also weit danach, würde ich über Assets nachdenken, wie Immobilien und so weiter. Dazu gleich. Nur noch ein Punkt, weil ich weiß, viele hören das jetzt und sagen so, Torben, ja, ich weiß nicht, ich habe mir mal so eine Mastermind gekauft und ich war da und ich habe auch Gespräche geführt, aber irgendwie habe ich da keinen Kunden rausgezogen. Und das Ticket hat 1.000 Euro gekostet. Oder jemand sagt, ich habe mir mal einen Zugang geholt zu diesem und jenen, das waren irgendwie 299 Euro und hat mir nicht viel gebracht. Das kann alles sein. Auch gerade, wenn ihr von irgendwelchen Leuten sozusagen kauft, die im Internet aktiv sind. Aber einfach nur, und ich habe es mal rausgesucht, zum Vergleich, weil Leute haben, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, eine sehr komische Vorstellung, wie der Return of Invest funktioniert. Das Ding ist, das Schulleben in Deutschland kostet im bundesweiten Schnitt 20.695 Euro pro Kind. 20K kostet Schule. Ein Studium von zehn Semestern kostet 36.000 bis 75.000 Euro pro Kopf. Sprich, wenn das Kind oder der Teenager nicht selber Geld verdient, brauchen Eltern für Leben und Studium rund 600 bis 1.250 Euro monatlich, um das zu finanzieren. Das heißt, du hast, wenn du jetzt, so wie ich, Schule und Studium, nehmen wir mal so einen Mittelwert. Sagen wir mal, ich habe insgesamt 75.000 Euro ausgegeben oder auch meine Eltern teilweise für Schule und Studium. Und jetzt denke ich, ein 25, 200, 500 Euro Kurs müsste sozusagen alles verändern und der Return of Investment müsste sofort da sein. Das ist das Schwachsinn. Das funktioniert so nicht, weil das sind immer Puzzleteile, die du kaufst. So, wenn jemand zu dir sagt, ich habe hier einen Videokurs und ein Coaching, wo ich dir das von 0 auf 100 erzähle und danach hast du das Geschäftsmodell und gehst raus und machst Millionen. Es tut mir leid, aber das passiert in der Praxis nicht. Du kaufst lieber, und das würde ich auch jedem empfehlen, anstatt ein komplett fertiges System von jemandem zu kaufen für 300 Euro, 500 Euro oder was auch immer. Bau dir lieber dein Unternehmen auf, etwas Individuelles und überleg dir, welche Puzzleteile brauche ich. In dem Moment, wo du einheitsbrei kaufst, wird auch dein Mehrwert einheitsbrei sein, wodurch automatisch der Value davon geringer sein wird, als hättest du dir selber sozusagen das Puzzle zusammengesetzt. Und da passieren Dinge, ich habe das ja schon mal erzählt, oder auch Investitionen, die sich im Nachhinein als nicht value-reich herausstellen. Tony Robbins bin ich früher gegangen, Richard Branson habe ich gedacht, der haut einen Nugget nach dem anderen raus, hat aber im Endeffekt auf der Bühne Kalendersprüche vorgelesen. Ich war auf Masterminds, da hat man 5000 Euro bezahlt und da war eine ganz andere Schicht oder eine ganz andere Zielgruppe, die mir für mein Unternehmen oder für mein Wissen gar nichts gebracht hat. ETC. Aber Schule kostet 20 und Studium im Schnitt 55.000, 60.000. Das heißt, es passieren Investitionen, die vielleicht nicht value-reich sind, aber davon lernst du. Und dann holst du dir eben langfristig genau das, was du brauchst. Das sozusagen mit den ersten 1.000. Und Schritt Nummer 3 sind jetzt die langfristigen Investments. Und da will ich euch jetzt einfach mal durchführen. Schau, das gibt keine 100% richtige Strategie, weil das ist jetzt abhängig von verschiedenen Faktoren. Erstmal könntest du erstmal so lange in dein Unternehmen investieren, bis du das Gefühl hast, jetzt sozusagen ist der nächste Schritt zwar ein großes Investment, aber nicht mehr eine so große monetäre Auszahlung für mich. Das heißt sozusagen, ich muss viel investieren, aber bekomme sozusagen skaliert relativ wenig. Das wäre der Moment, wo ich anfangen würde, über Assets nachzudenken. Jetzt kannst du deinen Skill, so habe ich das zum Beispiel auch bei TPA anfangs gemacht, nehmen und kannst sagen, ich investiere in andere Unternehmen, zum Beispiel Startups und gebe nicht nur Geld, sondern gebe auch vor allen Dingen meine Beratung, meinen Skill dort mit rein, um das mit aufzubauen. Das finde ich ist ein sehr smartes Investment, wenn du gut bist im Social Media Bereich, such dir vielleicht Startups, such dir Läden, such dir Produkte, Marken, wo du das Gefühl hast, da kann ich reingehen und hebeln mit dem, was ich kann. Nicht nur mit Geld, vielleicht mit einem Paket sozusagen, Geld plus Expertise. Das Zweite, absolut gefühlsabhängig, ich habe gehört, dass der Herr Thomas von Finanzfluss das jetzt gemacht hat, ist ein Eigenheim. Ist tendenziell keine gute Investition. Das wirst du von vielen Leuten hören, weil du sozusagen das Eigenheim nicht so gut abschreiben kannst, wie eine Wohnung, wo du drin wohnst und einfach Miete zahlst. Zum Beispiel das Ding hier kostet 5 Kalt, ich glaube fast 6 Kalt warm. Und natürlich ist ein großer Teil davon abgeschrieben, weil ich hier filme. Wenn ich jetzt ein Eigenheim hätte und würde das alles kaufen und finanzieren über Kredit, dann wäre das alles ein bisschen komplizierter. Wobei ich habe Immobilien und dadurch, dass ich auch alleiniger Erbe bin irgendwann, werden mir auch relativ viele vermacht. Meine Eltern haben 6 Immobilien und deshalb habe ich beispielsweise in der Zeit gar nicht in so viel investiert. Genauer gesagt habe ich in 4 Immobilien investiert, weil ich noch irgendwann 6 Erben werde. Dazu kann ich auch gerne mal eine eigene Folge machen. Aber jetzt erstmal zu dieser Reihenfolge, also weitere Unternehmen skalieren. Eigenheim ist so ein Gefühlsding, ich würde davon abraten. Oder eben Assets. Was auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise eine Option ist, ist Sparen und Sparbuch. Also davon wird dein Geld nur weniger. Konservativ angenommen, Inflationsrate 2%, verliert dein Geld einfach auf 3 Jahre. Du hast 10.000 Euro eingezahlt, kriegst irgendwie 0,02% Zinsen. Inflation 2%, hast du nach 3 Jahren noch 9.400. Schwachsinn. Geld muss sich bewegen. So Money, Love, Speed. Das heißt halt auch Love, Speed im Sinne von Move it. Tausch es ein durch andere Dinge. Assets. Überschüssiges Geld, wenn ich sehe, Return of Invest in mich und mein Unternehmen ist nicht mehr so hoch, dann kann ich darüber nachdenken. Und jetzt würde ich streuen. Immobilien, wo viele Leute sagen, ja, damit wird man wohlhabend und reich, stimmt tendenziell. Ich glaube nur, dass Leute eine völlig falsche Vorstellung haben. Weil ein richtig heftiges Immobilienprojekt, wo du für, zum Beispiel, wir haben damals eine Wohnung gekauft für 56.000, in der Türkei, in Mammutla, in so einer Neubauanlage. Und ich glaube, meine Ma hat es für 86 vertickt. So irgendwie 30.000 Euro Profit. Dafür musst du aber erstmal die Leute kennen, die dir auch erlauben, diese Wohnung, bevor sie wirklich auf dem Markt ist, zu kaufen. Und dafür musste meine Ma jahrelang in der Türkei beispielsweise Kontakte aufbauen, als sie dort Urlaub gemacht hat, etc. Und das verschweigen halt immer viele, die so sagen, ja, ich habe eine Immobilie gekauft, ich habe die renoviert, ich habe ein bisschen Branding gemacht und dann fürs Doppelte verkauft. In der Realität passiert das nicht so oft. Man kann, glaube ich, mit 4 bis 6 Prozent Netto-Rendite pro Jahr rechnen. Eine Immobilie, die vielleicht auch gehebelt wird über Kapital, ist auf jeden Fall schlau. Meine erste Wohnung war eine in Mammutla, neben meinen Eltern in der Türkei, bei dieser Neubauanlage. Meine Eltern haben zum Beispiel in Spanien, in Griechenland, in Berlin Wohnung und halt in Delmenhorst, unser Eigenheim. Aber das ist halt so, dass Leute, glaube ich, auch ein bisschen falsches Bild davon haben. Und denken, ah ja, sobald man Geld hat, Immobilien, und dann geht es los. Mit Immobilien kann man reich werden, aber wie gesagt, 4 bis 6 Prozent. ETFs ist auch sehr konservativ, sind sozusagen passive Investmentfonds, werden gerne als Geldanlage benutzt. Mein Vermögensberater beispielsweise hat mir auch vor vielen, vielen Jahren geraten, in ETFs reinzugehen. Und beispielsweise der Thomas von Finanzfluss, der pusht ja dieses 70-30-Modell MSC World ETF und MSC Emerging Markets. Und da ist halt, ich habe es mal rausgesucht, in den letzten drei Jahren beim Emerging Markets ETF und MSCI Emerging Markets sind so 13,96 Prozent Rendite auf drei Jahre. Das ist Stand 5. Juni 2023. Kann man zum Beispiel machen bei Trade Republic, kann man über einen Vermögensberater machen, über verschiedene Depots. Aber ETFs ist sozusagen, das sind große Fonds und dadurch ist dein Risiko halt geringer als bei Einzelaktien. Und das ist sozusagen das dritte Asset, wo ich auch investiert habe. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass ich mit Einzelaktien, weil ich oftmals emotional gekauft habe, einfach, ich habe selber eine Technologie cool gefunden. Ich denke mal an die Meta-Aktie hier. Glaube ich, bin ich sogar im Minus mit Einzelaktien. Mit ETFs, wenn du jetzt auf die großen Player setzt, ist es halt schwierig, damit ins Minus zu gehen. Aber wie gesagt, wenn du irgendwie 10.000 Euro hast, du hörst jetzt hier gerade so ein bisschen die Rendite, wirst du nicht reich damit. Du kannst langfristig sozusagen Geld hebeln und lässt es sich auch bewegen. Das ist halt gerade cool, finde ich, wenn man jetzt sich auf sein Unternehmen fokussiert. Man sagt, okay, ich habe so und so viel übrig. Das schiebt man sozusagen da rein und dann bewegt es sich. Aber das sind jetzt keine Spots, wo du dein Geld verdoppelst oder verdreifachst. Das ist immer ganz, ganz wichtig. So, das vierte ist neben Einzelaktien, wo, wie gesagt, ich tendenziell von abraten würde, außer ihr seid auch in diesem Game. Ihr kennt euch aus. Ihr seid sozusagen auch, verfolgt das ganze Geschehen. Startups und Beteiligung. Gerade schon angesprochen, also wo kann ich meinen Skill hebeln? Zum Beispiel habe ich mal mit zwei Sterneköchen aus der Schweiz zusammengearbeitet. Da hatte ich eine Beteiligung, weil die sozusagen als Sterneköche Meal Prep rausgebracht haben, wo du halt sozusagen qualitativ hochwertiges Essen für zu Hause. War ein sehr einzigartiges Konzept. Wurde sehr cool umgesetzt und hat extrem Spaß gemacht dafür, das Social Media und das Branding zu machen. Und dann ist halt immer möglich, ein Exit, die Anteile wieder zu verkaufen oder sogar komplett sozusagen das Unternehmen an einen großen Player, der halt investieren will, der das Ganze mit noch mehr Geld viel, viel größer machen will und so weiter. Also Startups und Beteiligung, finde ich, ist eine super Sache, weil man oft eben nicht nur mit Geld, sondern auch mit Wissen rein kann. Und jetzt kommen so die letzten 5% Kryptowährung und Sammlerstücke. Das heißt, Kryptowährung bei mir 90% Bitcoin. Ich habe fast gar kein Ethereum mehr. Ich habe ganz, ganz wenig irgendwie so Minicoins. Das ist aber Gamble Money. Das ist wirklich so Casino Money. Ich habe Bitcoins damals gekauft bei 5.000 Euro und habe meinen Eltern das damals empfohlen, meiner Ma das damals empfohlen. Sie hat auch investiert und seitdem, wir haben es nicht angerührt. So und das Letzte ist dann zum Beispiel Sammlerstücke. Vielleicht eine Uhr, wie ich sie jetzt trage hier, Rolex Sky-Dweller. Sammlerstücke sind halt, also gerade bei Uhren oder auch bei Autos ist natürlich das Coole. Ich habe ja die G-Klasse gekauft und auch mit 30.000 Euro Profit nach zwei Jahren fahren wieder verkauft, als Mercedes gesagt hat, Auslieferung und Produktionsstopp. Aber das ist natürlich, auch das gilt natürlich alles als sehr risikoreich. Wenn du jetzt eine Uhr hast, kann sein, dass der Markt nach oben geht, nach unten. So ein Mark G-Bauer ist in diesem Markt voll drin, aber das dürft ihr auch nie verwechseln, weil das merke ich auch oft. Dann sagt jemand beispielsweise, aha, aber Immo Tommy, der pusht doch Immobilien so. Ja, aber bei Immo Tommy ist ja sein Main Business Immobilien. Das heißt, das ist bei ihm jetzt nicht ein reines Investment, sondern das ist auch das aktive Business. Genauso wie bei Mark G-Bauer, der Uhren als beispielsweise gute Anlageklasse sieht, etc. Das ja auch stimmt teilweise, aber natürlich auch sein Main Business ist. Das heißt, das ist nicht für, ich schiebe mal passiv Geld in Uhren, sondern ich schiebe Geld in Uhren, weil es aktiv ist und weil sozusagen das gleichzeitig noch ein gutes Investment ist. Und ich glaube, oftmals verwechselt man das so ein bisschen, weil man dann so denkt oder man verfolgt einen Influencer, der halt voll auf ein Ding geht oder finanzlos, vielleicht sogar auf ETFs. Ich glaube, das ist so das, was er am meisten pusht, eben auch in seinen Videos. Ja, aber das ist auch sein aktives Business. Das darf man nie vergessen. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, wie habe ich es gemacht? 1000 Euro in mich, Optimierung, Weiterbildung, Zugänge. Okay, Unternehmensstart, Unternehmensskalierung, das ganze erste Geld. Nicht auszahlen, skalieren, MrBeast-Prinzip. Du hast mit dem Video 100.000 Euro verdient, du packst in das nächste 100.000 und machst 200.000 damit. Übertriebenes Beispiel. Danach würde ich halt beigehen und würde halt schauen, wie kann ich ein cooles Paket aus Expertise und Geld benutzen, um Beteiligung zu haben, andere Unternehmen mit reinzugehen. Auch nicht übermäßig viel, vielleicht mal in eins oder maximal zwei. Ich hatte irgendwann eine Zeit lang mal fünf Beteiligungen und musste aus zweien auch wieder raus, weil ich gemerkt habe, ich fühle es nicht oder ich kann das nicht. Zum Beispiel Juicery bin ich damals rausgegangen und habe sogar gut Minus gemacht. Also mein ganzes Investment, ich habe meine Anteile damals so abgegeben, weil ich keine Zeit und die Motivation, die Lust nicht mehr hatte. Und danach, Schritt drei, ist dann wirklich Assets. Und da würde ich einfach schauen, dass ich Streu zwischen Immobilien, ETFs und Playmoney, Kryptowährung, Sammlerstücke. Das ist mein Take-off das Ganze. Schreibt super gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber das sind, ja, das ist meine Erfahrung. Ich kann auch gerne nochmal, wenn ihr Lust habt, müsst ihr mir einfach Bescheid geben, eine komplette Podcast-Folge über Fails machen. Da reden ja selten Leute drüber, aber tatsächlich habe ich mal eine App rausgebracht vor Ewigkeiten, sieben, acht Jahre her. Die ist komplett gefloppt. Da sind von mir persönlich 150.000 Euro verbrannt worden. Ich habe eine Beteiligung gehabt, da sind über 100.000 Euro verbrannt worden. Also ich kann auch mal eine Folge machen, meine schlechtesten Investments. Ich glaube, da könnte man auch was lernen. Ansonsten wünsche ich euch einen super Tag, jeden Mittwoch, 18 Uhr. Macht's gut, bis dann. Spannende, bis jetzt. Vielen Dank.